Eis, das war natürlich daneben, Eisbrecherin Karin. Wow, liebe Karin, danke, dass du hilfst, das Eis zu brechen. Mit deinem ersten Steno-Video, das nicht ohne Video-Antwort bleiben wird. Das ist sie, übrigens. Besonders freut es wahrscheinlich nicht nur mich, dass du anderen zu einem leichten, sanften Einstieg verhilfst, indem du ganz langsam den Text mit einem Laserpointer vorträgst. Dies ist eine Funktion der Vittle-App von iPad, die ich auch verwende, neben der App Educations. Diese beiden Apps könnten mal in einem Steno-Video namens Vittle vs. Educations verglichen werden. Alles Gute und allen Friedemann.